Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus dem Lancet vor. Es geht um neutralisierende Antikörperaktivität gegen SARS-CoV-2 Variant of Concerns B.1.6172 und B.1.351 durch die BNT.1.6222-Impfung der Firma BioNTech-Pfizer. Dem Stoff Comenati von BioNTech-Pfizer erzeugt nach Laborstudien nur eine abgeschwächte Immunität gegen die Variante Delta B.1.6172, die in England innerhalb kurzer Zeit zur häufigsten Form von SARS-CoV-2 geworden ist und jetzt nach der neuen Nominikatur der WHO Delta genannt wird. Laut dem jüngsten Situationsbericht von Public Health England PHE hat die Variante Delta, die aus Indien eingeschleppt wurde, bereits in der Woche vor Pfingsten einen Anteil von 61% an allen sequenzierten Proben von SARS-CoV-2 erreicht. Die Variante Delta hat sich damit in den ersten 50 Tagen seit ihrem Auftreten in England deutlich schneller ausgebreitet als alle anderen Varianten davor. Innerhalb der letzten Woche ist die Zahl der dokumentierten Fälle durch die Variante Delta von 5.472 auf 12.431 angestiegen. Die Variante Delta ist neben dem Ende des Lockdowns dafür verantwortlich, dass die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in England und Schottland wieder steigt. Laut der Scientific Advisory Group for Emergencies ist der R-Wert wieder auf 1 bis 1,2 gestiegen, was den Beginn eines exponentiellen Wachstums bedeuten könnte. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Bolton und Blackburn with Darwin. In Bolton ist die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche um 795 auf 2.149 gestiegen. In Blackburn with Darwin hat es 368 neue Fälle gegeben mit einer Gesamtzahl von jetzt 724. Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter sind in den Regionen von Tür zu Tür unterwegs, um Antigen-Tests zu verteilen und die Einwohner zur Impfung zu ermuntern. Mobile Teams entnehmen Abwasserproben, um die Verbreitung der Variante zu verfolgen. Die Zahl der Todesfälle ist derzeit gering. Bis Ende Mai sind es 17 von 9.426 bis dahin mit der Delta-Variante infizierte Menschen gestorben. Die Case Fatality Rate ist laut PHE mit 0,2% geringer als bei der Alpha-Variante B.1.1.7, die bei 2% liegt. Laut dem jüngsten Wochenbericht von PHE ist jedoch die Zahl der Patienten angestiegen, die wegen einer Erkrankung eine Notfallaufnahme aufsuchten. Auch die Übertragungsrate scheint höher zu sein als bei der Variante Alpha. Die Zahl der Infektionen unter den bekannten Kontakten Secondary Attack Rate beträgt bei Personen mit Reiseanamnese 2,6% gegenüber 1,6% bei der Variante Alpha. In der Gruppe ohne bekannter Reise sind es 12,4% gegenüber 8,2%. Ein wichtiger Punkt für den weiteren Verlauf der Epidemie ist die Frage, ob die seit Dezember durchgeführten Impfungen vor einer Infektion schützen. Die bisherigen Ergebnisse der Siren-Studie, die fast 45.000 Personen alle zwei Wochen mit PCR-Tests untersucht, sind derzeit günstig. In der Kohorte, die zu 95% geimpft ist, ist es bisher zu keinem Anstieg der Infektionen gekommen. Auf der anderen Seite gibt es 96 dokumentierte Fälle einer Reinfektion, die durch Sequenzierung der Variante Delta belegt werden konnte. Laboruntersuchungen deuten auf eine abgeschwächte Impfstoffwirksamkeit gegen die Variante Delta hin. Es wurden Serumproben von 250 Personen, die ein oder zwei Dosen des Biontik-Pfizer-Impfstoffs Combinati erhalten hatten, im Labor auf ihre Fähigkeit hin untersuchte Viren von der Infektion von Zellen abzuhalten. Es wurde speziell ein High-Throughout-Neutralisations-Essay entwickelt, um in kurzer Zeit die Schutzwirkung gegen den Wildtyp D614G und die Varianten Alpha B117, Beta B1351 und Delta B16172 zu testen. Die Ergebnisse fielen ernüchternd aus. Selbst Personen, die mit zwei Dosen Combinati vollständig geimpft waren, erzielten nur 5,8-fach geringere Antikörper-Titer gegen die Variante Delta als gegen den Wildtyp. Gegen die Variante Alpha war der Titer um den Faktor 2,6 und gegen die Variante Beta 4,9-fach abgeschwächt. Combinati könnte deshalb nur eingeschränkt vor der Variante Gamma schützen. Hinzu kommt, dass der Antikörper-Titer mit der Zeit und dem Alter der Geimpften nachlässt. Body Mass Index und Geschlecht hatten dagegen keinen Einfluss. Die Ergebnisse der Laboruntersuchung liefern eine mögliche Erklärung für die rasche Ausbreitung der Variante Delta in den letzten Wochen. Sie deuten zudem auf die Notwendigkeit weiterer Auffrischungen für die Aufrechterhaltung des Impfschutzes hin. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Personen, die sich mit Delta infizieren, häufiger einen schweren Verlauf haben. Daten aus Schottland und England zeigen, dass Delta mit einem im Vergleich zu Alpha höheren Hospitalisierungsrisiko einhergehe, heißt es im PHE-Bericht. Allerdings befänden sich viele Fälle noch in der Nachbeobachtungszeit. In einigen Regionen wiesen die Krankenhausaufnahmen auf einen Anstieg hin, doch der nationale Trend sei noch nicht eindeutig. Möglich ist dem Bericht zufolge auch, dass sich die Variante Delta der natürlichen Immunität entziehen könnte. Die Evidenz dafür ist bislang allerdings rein experimenteller Natur. Untersuchungen mit Rekonvaleszentenplasma aus der ersten Pandemiewelle, also Plasma von Personen, die mit Alpha infiziert gewesen waren, zeigten eine reduzierte Neutralisation von Pseudoviren und Lebendviren. Die epidemiologischen Daten reichen für eine Schlussfolgerung allerdings noch nicht aus. In einer großen nationalen Kohorte von Mitarbeitern des Gesundheitswesens ist bislang kein Anstieg der Zahl an Reinfektionen zu beobachten. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Delta über einen beträchtlichen Wachstumsvorteil verfügt und vermutlich die Vorherrschaft übernehmen wird. Die hohe Wachstumsrate sei vermutlich auf eine Kombination aus ortsbezogenem Kontext, Übertragbarkeit und Immune Escape zurückzuführen. Auch die möglicherweise reduzierte Wirksamkeit der Impfstoffe und das erhöhte Hospitalisierungsrisiko könnten dabei eine Rolle spielen. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen sehr frei verfügbaren Publikationen im Lancet.